Eines Tages fassen Nora und Raoul den Entschluss, in ihrer eigenen vier Wände zu ziehen. Sie träumen von ihrem eigenen Haus und machen sich Gedanken über eine effiziente und zuverlässige Versorgung ihres Eigenheims mit Energie. Im Internet suchen Sie nach Ihrem zuständigen Netzbetreiber. Ihre Suche führt Sie schnell zur Netzdienste Rhein-Main GmbH. Dort finden die beiden auch das NRM Netzportal. Sie geben die Adresse Ihres neuen Eigenheims in die Verfügbarkeitsprüfung ein. Als Ergebnis der Verfügbarkeitsprüfung erhalten Sie eine Aufstellung der bereitgestellten Energiearten. Nora und Raoul entscheiden sich für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Im Antragsprozess geben Sie online die mit den Planern und Installateuren abgestimmten Daten ein. Sie laden die Grundrisse und weitere Planunterlagen für Ihr neues Eigenheim im NRM Netzportal hoch. Nach der Eingabe aller Daten erhalten Sie online eine Zusammenfassung Ihrer Angaben und fordern das Angebot für den Netzanschluss per Mausklick an. Daraufhin werden die Daten an die NRM übermittelt, dort geprüft und das Angebot wird automatisch erzeugt. Kurz darauf erhalten Sie online das Angebot für den neuen Netzanschluss Ihres Eigenheims, das Sie per Mausklick annehmen. Der Außendienstmitarbeiter der NRM besucht Nora und Raoul auf ihrer Baustelle und stimmt vor Ort alle offenen Fragen mit Ihnen ab. Nachdem alle offenen Fragen geklärt sind, wird der Ausführungstermin gemeinsam abgestimmt. Im Anschluss holt die NRM alle erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Ämtern und Behörden ein und plant die Baumaßnahme. Über das NRM Netzportal erfahren Nora und Raoul, dass alle Genehmigungen vorliegen und es mit den Bauarbeiten für Ihren Netzanschluss losgehen kann. Das von der NRM beauftragte Bauunternehmen führt alle erforderlichen Arbeiten zur Erstellung der Netzanschlüsse für das neue Eigenheim durch. Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird der Netzanschluss von der NRM in Betrieb genommen. Nora und Raoul freuen sich, dass sie ihren Netzanschluss in wenigen Schritten online bestellen konnten und nun zuverlässig mit Strom, Gas und Wasser versorgt werden können. Zurückfülle Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017